Social Media TV und Social Commerce. Heute noch im Entwicklungsstadium wird bald auch unser Verhalten vor dem Fernsehgerät beeinflussen. Eine spannende Entwicklung, die sich für die nächsten Jahre abzeichnet, ist Social TV. Das ist nämlich im Grunde die Verbindung von Social Media, was wir aus dem Bereich Web in den letzten Jahren kennen, mit dem Fernsehgerät. Da gibt es verschiedene Anbieter, die heute schon möglich machen, Fernsehinhalte mit Facebook beispielsweise zu verbinden. Dann haben sie die Möglichkeit, für die Fans ihrer Seite zu ihrem Fernsehinhalt, zu ihrem Bewegtbildinhalt auf HBBTV, dann Facebook-Inhalte einzubinden. Und der Nutzer kann dann mit seinen Freunden über Facebook zu einem Bewegtbild-Angebot checken beispielsweise. Social Commerce ist eine Entwicklung, die in der Online-Kommunikation schon seit ein paar Jahren existent ist. Im E-Commerce gibt es ja Anbieter wie Dealjäger beispielsweise oder Edelite, die heute schon Commerce als soziales Erlebnis praktizieren. Das heißt, man kauft in der Gruppe, man empfiehlt sich was, man kriegt vielleicht Rabatte, wenn man zu mehreren einkauft. Und das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch auf das Fernsehgerät verlagern. Da ist es allerdings noch Zukunftsmusik und eine spannende Entwicklungsrichtung.